Mit einer Krebserkrankung oder auch mit einer anderen schweren Erkrankung kommen ja immer ziemlich schnell irgendwelche Leute mit irgendwelchen Heilmittelchen um die Ecke. Doch es gilt immer genau aufzupassen, genau hinzuschauen, was es ist. Ist es eine Alternative oder ist es eine Ergänzung? Und genau darum soll es heute gehen. Wir beschäftigen uns in diesem Video mit dem Thema Komplementärmedizin. Let's go! Hi, ich bin Christine. Ich bin Yoga-Lehrerin, Gesundheitserzieherin, Heilpraktikerin in Ausbildung und noch so einiges mehr. Aber ich bin auch metastasierte Brustkrebspatientin. Wenn man eine schwere Erkrankung hat oder auch, muss man ja sagen, bei allen möglichen anderen Zipperleien, dann kommt man immer ziemlich schnell mit diesem Thema hier in Berührung. Mit Komplementärmedizin, aber auch mit Alternativmedizin und mit allen möglichen Heilungsdingern. In meinem Fall ging das ziemlich schnell. Als ich 2014 meine Diagnose damals öffentlich gemacht habe, wurde direkt mein Postfach überflutet mit allen möglichen Nachrichten von Komm hier nach Berlin, hier gibt es einen super Special-Arzt und mach hier vier Wochen eine Saftkur und dann bist du von Krebs geheilt. Bis zu, probier mal hier unsere Darmkur von Firma bliblablub. Und gerne auch in Kombi mit, ich will ja nicht sagen, dass es heilt, aber ich habe natürlich Leute hier in meinem Umfeld und deren Erfahrung zeigt, dass die unsere Darmkur gemacht haben und zack war der Krebs weg. Also all solche Dinge kommen dann und man muss dann wirklich sehr, sehr aufpassen, was man so bekommt und auf was man sich einlässt. Auch immer ganz vorne mit dabei, es ist immer die böse Pharmaindustrie, die natürlich nur Geld an dir verdienen will. Ja, also schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du solche Nachrichten kennst und auch schon bekommen hast und wie es dir damit ging oder wie du damit umgehst. Deshalb ist es also umso wichtiger, dieses Thema hier sich mal genauer anzuschauen und aufzudröseln. Es wäre mir also super, super wichtig und auch sehr hilfreich, wenn du dieses Video teilst und am besten hier immer den Daumen nach oben drückst bei YouTube. Gerne da auch die Glocke abonnieren, damit du auch meine zukünftigen Videos nicht verpasst. Aber wie gesagt, in erster Linie dieses Video weiter teilen an Menschen, die du kennst, die auch vielleicht eine Krebsdiagnose bekommen haben oder auch mit anderen schweren Erkrankungen zu tun haben. Das ist wirklich Wissen, das einfach ganz, ganz wichtig ist und das ja wirklich weiter geteilt werden sollte. Vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Leider ist es so, dass sich falsche Informationen immer viel leichter verbreiten wie echte, wahre Informationen. Das liegt auch einfach so ein bisschen an diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal Social-Media-Dasein, dass alles wirklich in sehr kurz verpackt werden muss und es kommt einfach immer viel besser an, wenn man irgendwelche Behauptungen einfach raushaut, anstatt das alles wirklich genauer sich anzuschauen. Und natürlich ist es auch so, dass Menschen witzigerweise immer eher an einer One-Fits-All-Lösung interessiert sind, auf der anderen Seite aber sich selbst immer als ganz individuell sehen. Und das ist halt meistens einfach so, dass eine Lösung nicht nur ganz einfach ist, dass man eben nicht sagen kann, mach X und dann Y, sondern dass es eben heißt, mach X und dann müssen wir schauen, was passiert. Und eventuell ist es dann Y oder Z oder auch A, B oder C. Und gerade bei einer Krebserkrankung ist es eben so, dass ganz viele verschiedene Faktoren reinspielen. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass jemand eine Krebserkrankung hat und dann mit seiner ganzen Ernährungsweise es geschafft hat, dass dieser Krebs auch wieder weggeht. Dann müsste man immer genauer wissen, was war das denn für eine Krebsart und wie war denn da die Histologie? Also war das vielleicht noch ganz am Anfang? War es nur ganz wenig? War es vielleicht gar kein Krebs, sondern es war eigentlich eine Vorstufe? Aber diese Person hat sich das falsch gemerkt und dann wird es auch falsch weitererzählt, weil es natürlich viel besser klingt, zu sagen, ich hatte Krebs und habe mit meiner Ernährung mich selbst geheilt, anstatt zu sagen, ich hatte eine Vorstufe von Krebs und konnte es gerade noch so schaffen, mit meiner Ernährung und vielleicht zusätzlich mit einer Operation oder Bestrahlung wieder gesund zu werden, anstatt zu sagen, ja, ich habe dann alle möglichen Sachen gemacht. Ja, also das ist wirklich was, das kann man sich von vornherein schon mal merken, dass es eben immer gut funktioniert online, wenn Dinge möglichst einfach dargestellt werden, möglichst plakativ und dass es aber nicht unbedingt immer so stimmen muss. Also auch hier dieses Video gerne nicht einfach nur so hinnehmen, ja, auch wenn ich jetzt einfach von mir mal behaupte, dass ich das alles recherchiere und auch eben nur das so sage, wie ich es auch dann sagen kann. Aber trotzdem immer noch mal gegenchecken, immer noch mal nachprüfen, ob das wirklich so ist. Und es gibt ja auch verschiedene Leitfäden, wie Therapien in verschiedenen Bereichen sein sollen. Also auch da bitte immer noch mal gegenchecken und nicht blauäugig etwas glauben. Leider muss man sagen, dass viele gerade im Alternativbereich auch sehr mit dieser Hoffnung spielen und dann auch sich diese vermeintlichen Therapien teuer bezahlen lassen. Aber das schauen wir uns jetzt alles ganz genau hier an. Wir fangen also einfach mal mit der Begriffserklärung an. Es gibt die sogenannte Schulmedizin, wobei man sagen muss, dass man von diesem Begriff eigentlich inzwischen ein bisschen wegkommt, weil es wohl so ist, dass dieser Begriff Schulmedizin ganz speziell auch in der Nazizeit so benutzt wurde beziehungsweise auch damals eben gezielt so verwendet wurde, um sich von einer vermeintlich natürlichen Medizin ein bisschen abzugrenzen. Und aufgrund dieser Nazi-Vergangenheit würde man eben diesen Begriff heute nicht mehr so sagen. Heute würde man eigentlich eher sagen, es ist entweder die wissenschaftliche Medizin, es ist die evidenzbasierte Medizin oder ganz schlicht und einfach nur Medizin. Denn runtergebrochen gibt es eben nur diese eine Medizin, wenn man das jetzt mal so genau betrachten wollen würde. Also ja, die ganze Medizin, die eben üblicherweise von ÄrztInnen verabreicht wird oder eben alles, was letztendlich mit einer, jetzt in meinem Fall mit einer Krebserkrankung in Verbindung steht. Also sagen wir mal die Operationen, die ganzen Infusionstherapien, auch die Tablettentherapien, alles, was man so verschrieben bekommt über Kassenrezepte oder was eben in Kliniken, in Krankenhäusern, in Praxen an Behandlung passiert. Das sind in der Regel alles die typisch medizinischen Anwendungen oder Therapien. Die Leute, die sich meistens sehr schnell und auch, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr aufdringlich bei uns melden, die fallen meistens in den Bereich Alternativmedizin. Und es handelt sich dabei nicht um irgendwas Medizinisches, also um keine klassisch medizinische Behandlung, sondern es sind immer Alternativen, Alternativen hier wirklich großgeschrieben und alternativ bedeutet ja immer anstatt. Das heißt also, hier werden immer Sachen vorgeschlagen, zum Beispiel eben die Saftkur, die Darmreinigung von irgendeiner dubiosen Networking-Firma und so weiter. Es werden also immer Dinge vorgeschlagen, die bevorzugt alternativ gemacht werden sollten. Das sind immer diese Menschen, die sagen, ja, die ganze, man kommt auch gerne in der Begriff Schulmedizin, ja, da haben wir es wieder als Abgrenzung, Schulmedizin, die wollen ja gar nicht dein Bestes, sondern die sind ja alle irgendwie mit der Pharma verbündelt und die wollen eigentlich nur das Geld dir aus der Tasche ziehen und so weiter. An der Stelle schon mal, ist ja eigentlich Quatsch, weil letztendlich ist ja so, dass diese medizinischen Therapien von der Krankenkasse bezahlt werden. Also es kostet mich ja faktisch erstmal nichts, beziehungsweise es kostet mich nur diese Zuzahlung von vielleicht 5 oder 10 Euro, ist also in der Regel für mich sehr günstig im Vergleich zu diesen Alternativtherapien, Alternativmedizinsachen, die ja mit einer, ja wie gesagt, mit einer Saftkur um die Ecke kommen, die mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln um die Ecke kommen, die mit ätherischen Ölen oder einer Darmkur oder was auch immer um die Ecke kommen und das muss ja alles selbst bezahlt werden. Also eigentlich müsste man es runtergebrochen sagen, dass diese ganzen Alternativleute letztendlich die sind, die eigentlich wirklich das Geld dran verdienen. Und man muss ja auch leider sagen, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, mit Hoffnung lässt sich Geld verdienen. Und deswegen ist es tatsächlich so, gerade im Krebsbereich und gerade auch in einem fortgeschrittenen Krebsbereich sind Menschen, ja, a, angsterfüllt, ja, dass man Angst hat, wirklich auch vielleicht zu sterben, dass man Angst hat, dass die Therapien nicht klappen. Und dann ist man empfänglich für alle Dinge, die Hoffnung machen. Und natürlich würde ich lieber einfach mal einen Monat lang nur Saft trinken, anstatt vielleicht eine Chemotherapie zu machen. Aber es gibt da wirklich ganz, ganz viele Fälle von Menschen, die dann tatsächlich sich belabern haben lassen, ich kann es nicht anders sagen, und dann auf die medizinische Therapie verzichtet haben und dann tatsächlich auch gestorben sind. Also ganz vorne mit dabei ist ja diese seltsame germanische Medizin oder auch irgendwelche, wie gesagt, alternativen Reihen, schamanischen Behandlungen und was da ja alles so gibt. Also da bitte, 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 ich kann es nie laut genug sagen, da bitte die Finger von lassen. Also immer, wenn Menschen kommen und sagen, das ist das Einzige, was hilft und nur das solltest du tun und die böse Pharma und die bösen Ärzte und so weiter, dann kann man ziemlich sicher sein, dass das nicht unbedingt das ist, was am besten hilft. Und es geht häufig auch so ein bisschen Hand in Hand einher mit irgendwelchen anderen Verschwörungstheorien. Also bitte hier ganz vorsichtig sein. Und ich weiß, dass dieses Video wahrscheinlich jetzt zig Leute hier auch wieder sich berufen fühlen, da dann entsprechend kommentieren zu wollen. Da sei gesagt, ich überprüfe alle Kommentare, bevor ich die freigebe und irgendwelche Verschwörungsgeschichten. Gebe ich gar nicht erst frei, weil ich auch der Meinung bin, ich habe hier eine gewisse Verantwortung und will nicht irgendwie einen Stuss hier in die Welt hinausschicken von Leuten, die meinen, sie können sich da profilieren, indem sie unter meinem Video irgendwelche Quatschsachen kommentieren. Ihr könnt es euch also direkt sparen. Was ich aber sehr befürworte oder was allgemein sehr befürwortet wird, auch von allen im medizinischen Bereich, ist die sogenannte Komplementärmedizin. Also hier ein großes Yay auf Komplementärmedizin. Komplementär meint also immer so viel wie ergänzend. Und das heißt, es sind immer spezielle Dinge, die gemacht werden können, die ergänzend zur medizinischen Therapie stattfinden. Und auch da nochmal, medizinische Therapie ist nicht unbedingt immer Chemotherapie. Das kann auch einfach nur eine Operation sein oder vielleicht Bestrahlung sein. Also auch da ist die Forschung, geht immer weiter. Und es wird so gemacht, dass es möglichst wenig Schaden anrichtet, möglichst zielgerichtet funktioniert. Also auch das entwickelt sich ja immer weiter für uns Patienten zum Besseren. Und dann ist man eben auch sehr dabei, diese Komplementärmedizin noch mehr zu fördern. Es gibt inzwischen auch sowas wie eine integrative, onkologische Therapie, wo man wirklich versucht, das alles miteinander zu integrieren. Weil letztendlich alle, die ja hier an der Therapie beteiligt sind, möchten, dass es mir als Patientin gut geht. Denn je besser es mir geht, je besser ich auch meine medizinischen Therapien vertrage, umso eher kann ich die auch weitermachen. Wenn mir es richtig schlecht geht, ist die Gefahr ziemlich groß, dass ich diese Therapien absetze. Und das dann für mich ein Nachteil ist in meinem Behandlungserfolg. Also deswegen Komplementärmedizin ist wirklich was, was in der Regel auch von den normalen medizinischen Praxen sehr befürwortet wird und was immer ergänzend passiert. Auch da gibt es evidenzbasierte Therapien. Es gibt welche, die erforscht sind. Es gibt speziell bei Krebs beispielsweise auch die verschiedenen Leitlinien. Es gibt die S3-Leitlinie für komplementärmedizinische Therapien. Ich versuche daran zu denken und den Link hier drunter zu packen. Da könnt ihr aber ansonsten auch gerne einfach mal im Internet nachschauen, wenn ihr nach Komplementärmedizin, Onkologie zum Beispiel schaut oder S3-Leitlinie. Da gibt es dann verschiedene PDFs, die man sich runterladen kann. Oder es gibt auch verschiedene Internetseiten, wo man sich wirklich diese verschiedenen auch geprüften, komplementärmedizinischen Dinge anschauen kann. und es reicht wirklich von Akkupressur, Akkupunktur bis zu Yoga. Also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die man machen kann, die geprüft werden, die auch in Studien überprüft werden und wo man dann am Ende sagen kann, es gibt eine Empfehlung, das zu tun oder es gibt eine Option, das zu tun, wo man sagt, es kann ergänzend gemacht werden, aber es gibt auch Dinge, wo man eben sagt, das sollte auf keinen Fall gemacht werden. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, ich habe vor kurzem ein Video hier bei YouTube veröffentlicht zum Thema Nahrungsergänzungsmittel bei Krebs speziell, das auch am besten nochmal anschauen. Da hatte ich auch schon kurz was von Grapefruit erzählt. Grapefruit ist ja ein ganz natürliches Produkt, sollte aber trotzdem während einer Krebstherapie, speziell während einer Chemotherapie, nicht gegessen werden, weil es eben mit der Wirksamkeit der Medikamente kollidieren kann. Also auch da ist es so, dass nicht alles, was natürlich ist, gleich gut ist. Und das gilt hier genauso bei diesen komplementärmedizinischen Therapien. Häufig sind die aus dem Bereich der Naturheilkunde, aber auch da muss man immer so ein bisschen genau nachschauen. Deswegen also am besten auch da immer in Absprache mit dem behandelnden medizinischen Team sich das Ganze anschauen. Wie schon gesagt, diese komplementärmedizinischen Therapien sind meistens aus dem naturheilkundlichen Bereich. Wir finden es aber auch im physiotherapeutischen Bereich. Lymphdrainage, Osteopathie könnte man alles letztendlich im weitesten Sinne unter diese ergänzende Behandlung zuordnen. Manches davon wird auch von der Krankenkasse bezahlt, also beispielsweise Physiotherapie, Lymphdrainage, Osteopathie in Teilen. Also da kann man auch nochmal schauen, ob es Dinge gibt, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Es gibt ja auch viele HeilpraktikerInnen. Ich selbst bin ja auch gerade in der Ausbildung zur Heilpraktikerin und ich hoffe, dass ich es jetzt wieder auch gezielt schaffe, mehr in der Ausbildung dran zu bleiben und zu lernen und diese Prüfung baldmöglichst zu machen. Und dann möchte ich eben auch vor allem KrebspatientInnen dabei unterstützen mit beispielsweise Yoga oder Meditation. Ja, und dann wird es ja auch was, was zum Teil von der Krankenkasse bezahlt werden kann. Also da kann man auch immer nochmal genauer nachschauen, was es gibt. Ja, ich habe es schon kurz erwähnt. Yoga wird auf jeden Fall auch seit einiger Zeit in den Leitlinien bei der Krebstherapie empfohlen und an der Stelle möchte ich unbedingt auf meinen eigenen Yoga-Online-Kurs hinweisen. Ich habe ja einen Yoga-Online-Kurs speziell für Menschen mit oder auch nach einer Krebserkrankung. Der heißt Besser leben mit und nach Krebs mit Yoga. Denn genau darum geht es, dass wir eben das Leben mit und auch nach einer Krebserkrankung ja besser gestalten können. Also von daher schau dir den auf jeden Fall mal an. Du findest in dem Kurs viele aufgezeichnete Videos, viele voraufgezeichneten Videos. Kannst es dir also jederzeit und überall, sofern du Internet hast, anschauen, kannst dann diese Videos mitmachen. Das sind keine 90-minütigen Yoga-Praxis-Videos, sondern die Videos sind eher zwischen 15 und 30 Minuten. Die richten sich an spezielle Probleme, spezielle Nebenwirkungen, die während einer Krebstherapie auftreten können. Und da ich ja selbst schon zweimal auch Chemotherapie hatte, Bestrahlungen, Operationen, Antihormontherapie und so weiter, kann ich da also sehr gut mitreden. Und dementsprechend gibt es Videos zum Thema Verdauungsunterstützung. Es gibt Videos, die bei Polyneuropathie sinnvoll sein können. Es gibt ein ganz eigenes Video, wo es um das Thema Nebenwirkungsmanagement gibt. Also das ist wirklich der Kurs. Perfekt für alle, die auch gerade die Diagnose bekommen haben. Und man kann den Kurs übrigens auch verschenken. Ganz oft ist es nämlich so, dass man ja Menschen, die gerade die Diagnose bekommen haben, was Gutes tun möchte, aber nicht so genau weiß, was. Und dann ist der Kurs tatsächlich ideal. Den kann man, wie gesagt, ganz einfach verschenken. Und das ist ein sehr sinnvolles und hilfreiches Geschenk. Als Bonus gibt es den Fahrplan durch die Therapie, wo man wirklich so Stück für Stück auch geleitet wird und wo man auch die ganzen Tipps bekommt, was man zusätzlich noch machen sollte oder machen kann. Also es ist wirklich ideal für alle Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung. Deswegen große Empfehlung an dieser Stelle für meinen eigenen Online-Kurs. Der Kurs ist prima geeignet für Menschen mit oder auch ohne Yoga-Erfahrung. Und du bekommst am Anfang tatsächlich auch von mir noch einen Planer zum Ausdrucken und zum Abhaken. Ein 30-Tage-Planer, wo jeden Tag ein Vorschlag gemacht wird, was du machen könntest. Und zusätzlich bekommst du die ersten 8 Wochen auch noch in einer E-Mail-Serie alle 2-3 Tage ein paar Vorschläge für Videos mit direktem Link, was du machen könntest. Und natürlich, Yoga ist so viel mehr als nur das Rumtouren auf der Matte. Es geht nicht nur darum, körperlich fit zu bleiben, beweglich zu bleiben, sodass wir auch einfach gut durch die Therapie kommen, sondern das hilft auch immer, um uns mental und auch psychisch zu stärken. Neben Yoga gibt es aber natürlich noch viele andere Dinge, die du tun kannst, die grundsätzlich während einer Krebstherapie oder auch mit einer anderen schwierigen Erkrankung oder auch ganz ohne eine Erkrankung sinnvoll sein können und die dich im Alltag wirklich unterstützen können und die dir einfach helfen können, ja, ein bisschen vielleicht gesünder zu leben, besser zu leben, deine Lebensqualität zu steigern. Und ein paar davon möchte ich dir jetzt hier vorstellen. Ich kann natürlich nicht jetzt hier im Detail auf alle Sachen eingehen, aber so ein paar Dinge, wo ich der Meinung bin, das ist ungefährlich und das kann man auch gut für sich selbst machen. Wie gesagt, trotzdem gerne immer noch mal mit dem medizinischen Team absprechen, aber die möchte ich dir hier gerne mit an die Hand geben. Beispielsweise Kneipp-Anwendungen sind eine ziemlich gute Sache. Ich bin ja selbst auch Kneipp-Gesundheitserzieherin und habe deswegen mich auch schon sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht kennst du Kneipp ja noch von früher, vor allem diese Kneipp-Becken, wo man dann so im Storchengang durchläuft. Das ist meistens das, was Menschen in erster Linie mit Kneipp verbinden. Und Wasser ist auch ein ziemlich zentrales Element, wenn wir uns die ganze Kneipp-Lehre anschauen. Kneipp hat tatsächlich fünf verschiedene Säulen, die dieser Kneipp-Therapie zugeordnet werden. Wasser ist eins davon und Wasser meint Wasseranwendungen im Sinne von wirklich diese Wechselduschen, die Wechselbäder. Man kann Güsse machen, das kann man zu Hause unter der Dusche oder in der Badewanne machen oder gerade im Sommer auch sehr gut draußen mit einer Gießkanne, weil es normalerweise so ein spezielles Gießrohr gibt und das Wasser in einem gleichmäßigen Film über den Körper gehen sollte. Aber schon allein, wenn man duschen geht und zum Schluss vielleicht nochmal sich kalt abduscht, kann das sehr gut sein als Wechseldusche. Dann sollte man auf jeden Fall immer erstmal vorsichtig starten. Also vielleicht nicht direkt von Anfang an von oben kalt abduschen, richtig kalt, sondern erstmal an den Füßen starten, mit der Brause so ein bisschen nach oben gehen, vielleicht Richtung Knie oder dann vielleicht Richtung Oberschenkel. Und wichtig an der Stelle, immer herzfern starten. Also immer rechts außen starten und sich dann auf die linke Seite rüberarbeiten. Wichtig ist, dass die Reize klar sind. Also es sollte dann warm sein und im Gegensatz dazu sehr kalt, also wirklich ziemlich kalt und nicht so ein lauwarmes Ding, sonst ist das für den Körper sehr irreführend. Also das ist etwas, was man gut zu Hause starten kann. Was man machen kann, Wechselduschen beim Duschen, einfach auch mal noch kalt mit abduschen oder eben im Wechsel kalt und warm. Man sollte immer warm starten. Also egal, was wir machen für Wasseranwendungen oder anders gesagt, immer wenn es um kalte Wasseranwendungen geht bei Kneipp, muss der Körper vorher auf jeden Fall warm sein und er sollte auch danach wieder erwärmt werden. Es gibt aber auch warme Wasseranwendungen, zum Beispiel Baden. Wenn man in die Badewanne geht, ins Thermalbad geht, das wären alles Dinge, wo eine warme Wasseranwendung stattfindet. Man kann Fußbäder machen, das geht ziemlich gut auch zu Hause, indem man einfach eine etwas größere Schüssel hat, wo die Füße reinpassen. Es gibt aufsteigende Fußbäder, wo man eben dann nach und nach heißeres Wasser dazu kippt. Das führt dazu, dass es einem ziemlich warm wird. Und all diese Dinge, diese ganzen Wasseranwendungen, die Wechselduschen, die Bäder, die Güsse, das kann alles beispielsweise bei Hitzewallungen helfen, es kann bei Verdauungsbeschwerden helfen, es kann auch bei Schlafproblemen helfen. Da muss man einfach wieder gucken, was ist ganz individuell zu machen. Es gibt noch mehr Wasseranwendungen bei Kneipp, beispielsweise auch Waschungen. Das kennt man zum Beispiel von früher auch mit einem Waschlappen, aber man kann es natürlich auch mit einem normalen Tuch machen, dass der Körper in einer bestimmten Art und Weise gewaschen wird, also wirklich so drüber gewaschen sozusagen wird. Oder es gibt auch die Wickel an verschiedenen Stellen. Man kennt es vielleicht auch noch von früher, die Wadenwickel bei Fieber, aber inzwischen auch ziemlich bekannt ist ein Leberwickel, der unterstützend sein kann bei Leberproblemen und eben auch in so einer Therapie unterstützend sein kann. Aber wie gesagt, wie bei allem, finde ich immer, alles, was man so macht, sollte immer mit dem medizinischen Team abgesprochen werden. Aber ich würde sagen, bei diesen Kneipp-Anwendungen, bei diesen Wasseranwendungen, im Normalfall ist es okay, aber trotzdem bitte, bitte, bitte immer absprechen. Was auch bei Kneipp ein großes Thema ist, ist die Ernährung, gesunde Ernährung oder eben Kräuter, Heilpflanzen. Dazu können Tees zählen, die Tees, die wir trinken, die wir vielleicht selber machen, die wir im Garten haben, aber auch die wir kaufen. Auch da ist es wichtig, dass wir nichts über einen langen Zeitraum in einer großen Menge zu uns nehmen sollten. Also jetzt nicht einen Monat lang jeden Tag zwei Liter Pfefferminztee trinken oder so, sonst ist es auch wie Medizin. Deswegen muss man auch bei so Kräutertees ein bisschen aufpassen. Auch da bitte immer nochmal genau abklären. Aber das wäre auch was, was man hier dieser Kneipp-Therapie zuordnen könnte. Genau wie eben die Ernährung mit Obst und Gemüse und vielen frischen Kräutern. Und da muss man eben auch ganz individuell schauen, was geht. Es gibt ja diese Grundregel, fünf am Tag von der Deutschen Ernährungsgesellschaft, heißen die, glaube ich, oder Deutsche Gesellschaft für gesunde Ernährung oder so, wo man eben sagt, zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse am Tag. Wobei Salat beispielsweise auch bei Gemüse dazu zählt. Und Portionen meint immer so eine Handvoll. Also zum Beispiel ein Apfel wäre eine Portion. Wenn man jetzt wirklich morgens Porridge essen würde und da ein bisschen Obst dazu machen würde, wäre das eine Portion. Wenn man beim Mittagessen immer einen Salat dabei hat und vielleicht Gemüse wären das schon zwei Portionen. Und vielleicht bei einem Brot noch irgendwie Tomaten oder Gurken dazu. Also, ja, you name it. Wisst ihr Bescheid, was ich meine. Aber das ist auch wirklich was, was eine gute Ergänzung sein kann, wo wir unseren Körper gut unterstützen können. Allerdings muss man ja sagen, gerade in der Krebstherapie, vielleicht sogar während der Chemotherapie, muss man einfach auch gucken, was geht, was kann man essen, was kann man trinken. Und da bin ich persönlich der Meinung, das so zu machen, wie die Gelüste da sind und sich da nicht selbst noch irgendwie zusätzlich zu stressen und zu geißeln, indem man sich irgendwelche Sachen verbietet oder nicht isst. Das ist dann auch wieder ein Sonderthema. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass eben die Ernährung oder der Einsatz von Heilkräutern und Pflanzen in dieser Kneipplehre eine Rolle spielt, genau wie eben Wasser in verschiedenen Anwendungen oder auch Bewegung, was wir beispielsweise bei Yoga auch haben. Die Lebensordnung spielt eine große Rolle, nämlich das Thema, wie viel haben wir Anspannung und Entspannung. Auch das ist etwas, was wir im Yoga wieder finden. Anspannung, Entspannung, viele Entspannungstechniken grundsätzlich, wie beispielsweise Meditationen, Atemübungen. Aber man könnte natürlich auch sich mit autogenem Training befassen, mit progressiver Muskelentspannung nach Jakobsen oder eben verschiedensten Entspannungstechniken. Es gibt das MBSR, Mindful Based Stress Reducation oder so heißt es ausgesprochen. Also auch da gibt es verschiedene Dinge, die man tun kann zur Entspannung, Tai Chi, Qigong, was auch immer es gibt. Sich eine Meditation anhören, eine Fantasiereise anhören. Auch solche Dinge sind in meinem Yoga-Online-Kurs natürlich zu finden. Verschiedene Meditationen, verschiedene Atemübungen, Entspannungsübungen, um das Ganze ganzheitlich und rund zu machen. Was außerdem auch noch häufig empfohlen wird in der Komplementärmedizin, speziell in der Krebstherapie, ist Akupressur oder Akupunktur oder auch das ganze große Feld der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, wo ja Akupunktur häufig auch eine Rolle spielt. Akupressur mache ich zum Beispiel auch in Teilen. Also ich bin auch in Human Therapy ausgebildet, wo es unter anderem eben auch darum geht, so verschiedene Druckpunkte zu aktivieren. Aber auch da muss man eben schauen, in welchem Rahmen man das machen kann. Das könnte ich natürlich jetzt nur hier vor Ort machen. Aber da gibt es eben auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Im Ayurveda kann man schauen, für alle, die das noch gar nicht kennen. Ayurveda ist häufig, wird es als Schwesternphilosophie vom Yoga bezeichnet, ist auch da wieder sehr umfangreich, das ganze Leben betreffend, wie wir unser Leben gestalten sollten. Man kann eben bei Nahrungsergänzungsmitteln schauen, was davon sinnvoll ist, was man zu sich nehmen kann, weil ein Mangel herrscht. Und da möchte ich, wie gesagt, gerne nochmal auf mein Video hinweisen, das ich zu dem Thema schon aufgenommen habe. Da bin ich ja sehr ausführlich auf Nahrungsergänzungsmittel eingegangen. Deswegen mache ich da jetzt hier nicht mehr ganz so viel dazu. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Ich hoffe, das war für dich interessant und spannend und auch hilfreich. Wenn ich zu einzelnen Dingen nochmal genauer was erklären soll oder auch zeigen soll, dann schreibt es hier gerne im Kommentar drunter. Dann kann ich vielleicht auch nochmal ein separates Video dazu machen. Und ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertest, damit es einfach hier auch weiter ausgespielt wird bei YouTube. Wie gesagt, gerne die Glocke abonnieren, Glocke aktivieren, damit du hier auch meine zukünftigen Videos bekommst. Den Kanal natürlich abonnieren. Ich freue mich immer sehr über Kommentare. Also gerne hier was im Kommentar auch schreiben. Und wie vorhin schon gesagt, das Video bitte auch weiter teilen, bitte weitergeben und weiterempfehlen für alle Menschen, die eben wieder gerade eine Krebsdiagnose bekommen haben, die vielleicht schon länger in Therapie sind, die vielleicht auch immer mal über solche Alternativmethoden sprechen und sich nicht so klar sind, ob das was ist oder nicht. Damit die einfach wissen, was ist der Unterschied von Alternativmedizin zu Komplementärmedizin, zur klassischen, evidenzbasierten, wissenschaftlichen Medizin und auf was sollte ich achten und was tut mir vielleicht auch nicht gut, damit man einfach da ja wirklich irgendwelchen Scharlatanen zuvorkommt und die Menschen einfach das Wissen dann haben, darauf zu achten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du magst, dann connecte dich auch gerne auf Instagram mit mir. Da packe ich dir den Link auch noch hier mit in die, ich glaube, Shownotes heißt es bei YouTube nicht, aber hier in die Beschreibung unten drunter, in die Caption drunter. Und wenn du regelmäßig mit mir Yoga üben willst, egal ob du Krebs hast oder auch nicht, vollkommen gesund bist oder auch wie auch immer, dann ist vielleicht mein Moksha Club das Richtige für dich, mein Online-Studio, da treffen wir uns aktuell jeden Montagabend zur gemeinsamen Yoga-Praxis. Das kann eine Asana-Praxis sein, es kann aber auch eine Atemübung sein, eine Meditation, ein Impuls aus der Yoga-Philosophie, ganz unterschiedlich. Es gibt immer die Aufzeichnung davon im internen Bereich, auch da dauerhaft zur Verfügung. Da gibt es schon über 100 Videos, auch ganz viele verschiedene Themen-Talks zu speziellen Themen. Also auch da probiere es einfach mal aus. Packe ich den Link hier auch noch mal drunter und dann freue ich mich auch, wenn wir uns vielleicht montags live sehen. Und ja, an der Stelle danke ich dir sehr fürs Dabeisein, danke dir fürs Zuschauen, für deine Zeit und freue mich, wenn du auch nächstes Mal hier wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.